Die Priester in Elenas Fall Alle haben bedauerlicherweise fatale Fehler begangen. Wie wären Sie es angegangen? Lass mich holen! Nein! Ich glaube, das hier war für mich. Wieso? Meine kleine Schwester, Emilia. Sie. Sie wurde vergewaltigt. Dieses Zimmer ist ganz besonders. Ich hatte einen Old Traum. Patient verstorben. In den Vatikan verlegt. Verstorben. In den Vatikan. Bitte! Emilias Mutter hat ihrer Gemeinde berichtet, dass sie einen unautorisierten Exorzismus durchgeführt haben. Ist das wahr? Nein, das war es nicht. Was ist mit deiner Mutter passiert? Geist. Das war er. Oh, ja.